Es ist die Nacht nach dem Derby und der letzte Mitarbeiter hat endlich das Stadion verlassen. Nur Max, der Stadionchef, ist immer noch mit der Abrechnung des Spieltages beschäftigt. Über den Spieltag hinweg sammelt sich eine große Menge Bargeld an, die er akribisch von Hand verrechnen muss. Schwund und Fehlbestände kommen immer mal wieder vor. Jede Spieltagsabrechnung wird dadurch erschwert und erhöht den Arbeitsaufwand aller Mitarbeiter. Nicht nur Max bereitet das Bargeld Probleme. Der Fan Joe hat nach der ersten Halbzeit einen Bärenhunger, aber an allen Imbissständen sind kilometerlange Schlangen. Das Personal will die Fans so schnell wie möglich bedienen und trotzdem eine fehlerfreie Kasse aufweisen. Joe schafft es nicht rechtzeitig zurück an seinen Platz und verpasst prompt Anpfiff und Tor. Max hat so langsam die Nase voll von den ganzen Nachtschichten. Ihm steht das Münzgeld bis zum Hals. Schluss damit! Payment Solution bietet Ihnen die perfekte bargeldlose Lösung. Die Lösung umfasst Modular E-Payment, Zugangskontrolle, umfassendes Controlling, Social-Media-Integration und mehr Freiheit und Komfort für Ihre Besucher. Dabei entscheiden Sie, ob Sie kapitalschonend unser Betreibermodell JustPay nutzen oder das System kaufen wollen. Zahlungen am Kiosk, im Fanshop oder im Ticketing sind fortan bargeldlos, centgenau und im Sekundenbruchteil durchführbar und sorgen zudem für eine vorgelagerte Liquidität. Unsere neue Smartphone-App ermöglicht den Besuchern sogar die schnelle und einfache Aufladung über ihren PayPal-Account, auch von zu Hause. Sie entscheiden über den Integrationsgrad Ihrer individuellen Lösung. So können auch Dauer- oder Mitgliedskarten für Funktionen wie Zahlung, Kommunikation und Couponing benutzt werden. Dank der Lösung von Payment Solution muss Joe nicht länger auf seine Wurst warten und gibt mehr aus. Und Ihre Verkäufer haben keinen Stress mit dem Wechselgeld mehr. Das System ist voll offline lauffähig. Weder Handy noch Datennetz sind für den Systembetrieb nötig. So sind sie unabhängig von fremden Infrastrukturen. Spätestens nach dem Event erfolgt eine Datenübertragung in unser hochsicheres Rechenzentrum. Umfangreiches Controlling und Analysen bieten Ihnen tiefe Einblicke in Ihre Transaktionen. Wir übernehmen für Sie die Datenaufbereitung, während Sie sich entspannen können. Damit ist die Überwachung Ihrer Geldströme mit wenigen Klicks möglich. Und Sie können sich wieder auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren.